Matthieu Cornet, Springer C3, kleiner Spaßvogel. Hm, das ist mein Auflauffer B5 hier. Schon ist ein Bauer weg, so simpel. Blödsinn ey, aber ich habe Turm D8, ich muss noch ein bisschen aufpassen. Mann, mach doch Läufer F5 erstmal, guck doch bitte hin. Ich glaube Springer B3 war ungenau. Ja gut, so klein ist es nicht, weil er Springer B3 gespielt hat, jetzt droht A4 natürlich sehr stark. Und C3 geht natürlich nicht in den Läufer B3 und der Springer steht da doof. Er hätte einfach B3 machen können und auf Turm D8 C3, alles war okay. Den Springer halten auf D4. Da hat er auch zu schnell gespielt, er will jetzt die Damen tauschen. Das ist wahrscheinlich schon wieder höchst ungenau, jetzt kann er Springer D4 spielen. Wahrscheinlich hätte man tauschen können und dann gegen die schlechtere Struktur spielen. Flo, danke dir, Dame B6, was ist das denn? Ah, es ist matt, wenn ich da nehme und tue Dame C2, starker Zug, starker Zug, muss ich sagen. Gut, Dame D3 geht nicht, das hatte ich gesehen. G6 ist auch so ein Quatschzug, ne? Einfach weil ich keine Zeit mehr habe und irgendwas ist hier. Einfach weil ich keine Zeit mehr habe und irgendwas ist hier. G6 ist auch so ein Quatschzug, ne? G6 ist auch so ein Quatschung. B6 wie grüßen, wunderschönen G6. G6 ist auch so ein Quatschungsgericht. Abonnieren C5. G6, aber ich weiß nicht, ob man ist nicht, ob man ist, ob man ist. Abonnieren C6. ich bin fast matt nein wie sollte aufgegeben ich dachte hier auf zeit verloren einzügig macht übersehen wer ist eine schlechte partie dass der gm das nicht nach hause fährt aber der witz ist ich dachte ich dachte ich hätte auf zeit verloren weil plötzlich anzug gemacht ich kann ja nicht denken dass er aufgibt